Verstöße gegen Kartell- und Wettbewerbsrecht schaden unserer österreichischen Wirtschaft und damit uns allen. Aber würden Sie auf einen zweifelhaften Sachverhalt aufmerksam machen, wenn Ihre persönliche Karriere dadurch in Gefahr geraten könnte? Eben. Deshalb muss für jede und jeden die Möglichkeit gegeben sein, anonym und sicher Verstöße im Bereich Kartell- und Wettbewerbsrecht zu melden. Dafür hat die Bundeswettbewerbsbehörde eine Plattform eingerichtet, mit der genau das möglich ist. Dort können Sie online mit wenigen Klicks anonym Informationen übersenden. Klicken Sie zunächst auf Nachricht verfassen. Nun tragen Sie Ihr Anliegen möglichst ausführlich in die Textfelder ein und fügen bei Bedarf Anhänge wie E-Mails oder Fotos hinzu. Vor dem Abschicken können Sie Ihre Nachricht nochmals prüfen. Mit dem Klick auf Abschicken wird Ihre Meldung geprüft und Sie erhalten eine ID und ein Passwort. Damit loggen Sie sich in Ihr anonymes Postfach ein, über das die Bundeswettbewerbsbehörde im Fall von Rückfragen sicher und anonym mit Ihnen kommuniziert. Bestätigt sich Ihr Verdacht, wird die Bundeswettbewerbsbehörde aktiv und ermittelt. Sie sind nicht weiter in das Verfahren involviert. Im gesamten Prozess bleiben Sie selbstverständlich anonym. Ihre IP-Adresse kann von niemandem zurückverfolgt werden und Sie geben keinerlei personenbezogene Daten an. Mit Ihrer Meldung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu einer gerechteren Marktwirtschaft in Österreich. Weil es uns um Fairness geht. Ihre Bundeswettbewerbsbehörde.